Ja, Dobra Viertzo, meine lieben Freunde. So, jetzt habe ich eine Information für euch. Mir fällt sie auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite aber auch leicht. Beruflich werde ich jetzt Stettin für einige Zeit verlassen. Nicht für immer, aber für einige Zeit. Ja, wo es genau hingeht, seht ihr jetzt. Also jeder Pole müsste es erkennen. Also achtet mal genau drauf, aus luftiger Höhe. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Denkt bitte dran, der fünfte Teil am Mittwoch wieder, nur für Kai, beziehungsweise nicht für Kai, für seinen Hund Rocky, ab 16 Uhr. Ja, also, wir sehen uns am Mittwoch. Abonnieren, Glöckchen drücken, Daumen drücken. Wir sehen uns, bis dann, nicht traurig sein. Ich bin nicht aus der Welt, ich bleib in Polen.